Lugic gegen Hansmann, Lugic und Fim. Ring frei, Runde 1. 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 Der Boxer in der roten Ecke hat 70 Kämpfe. Betreut wird er von Fenni van Bemmel und Goran Giofilic. Betreut wird er von Fenni von Fenni von Fenni. Ring bei Runde 2. Ring bei Runde 2. Vielen Dank. Vielen Dank. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Doe. 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 Ring bei Runde 3. Doe. 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 Meine Damen und Herren, gerne würde ich Ihnen das Ergebnis dieses Kampfes vorstellen. Sieger nach Punkten wurde Stefan Jokic, Appeldorf. Wir haben noch einmal Ihren Applaus, die Jungs haben sich glücklich verdient.